Der vierte Lauf der DNLS-Saison, das Happy Racing, drei Stunden Rennen mit Nobby Kiss in der führenden Position nach dem Training, neben eben Joshua Rogers im Coanda Porsche. Bruno Spengler im BMW konnte direkt Druck machen auf die vor ihm liegenden AMG und Porsche Fahrzeuge, doch auch Phil Dennis im Porsche formale Racing Team zu Beginn vorne mit dabei. Immer wieder harte Zweikämpfe, tolle Duelle, immer wieder die Angriffe, hier auch Rogers innen gegen Kiss, aber Kiss kann die Position vorerst noch behalten, vorerst noch in Führung bleiben. In der Cup 2 Klasse war es das Coanda Simspots Team mit Zach Campbell, der von Beginn an das Tempo bestimmte und nachher zu einem souveränen Sieg fuhr, gemeinsam mit seinem Teamkollegen konnten sie ganz souverän die Cup 2 gewinnen. In der Klasse der SPC, da war es ein toller Kampf zwischen Core Sim Racing und dem Team RSO, die sich über die gesamten drei Stunden gegeneinander bekämpften und Motorsport vom Allerfeinsten booten, am Ende mit dem glücklichen Ende für Core Sim Racing im Porsche kämen. In der Klasse SP3T, ebenfalls Core Sim Racing vorne dabei, doch hier war es die Mannschaft von Heusingfeld, die nach hartem aber fairen Duell die Klasse für sich entscheiden konnte. Im Gesamtklassement vorne der SP9 immer wieder tolle Kämpfe wie hier zwischen Joshua Rogers und Norby Kies. Es ging in Millimeterabstand über die Nocktschleife und immer wieder tolle Duelle, immer wieder Überholmanöver. Und dann für Norby Kies dieser Dreher im Bereich Schwerseifen, der ihn ein Stück zurückwerfen ließ. Nachher am Ende war es nur Platz 4. Auch hier tolle Kämpfe zwischen Robin Stricek und Adam Christodolu im Auto von Heusingfeld. Adam Christodolu nachher später dann mit diesem Dreher hier in Breitschaft auf der Brücke zu weit auf den Körper gekommen, das Auto verloren. Viel weit zurück nachher am Ende für ihn nur noch Platz 6. Barnefeld gegen Rogers. Das war das Duell zur Rennmitte und Rogers am absoluten Limit unterwegs. Immer wieder geht das Auto quer und immer wieder der Druck von Barnefeld, der hier einen kleinen Fehler im Bereich Exmühle ausnutzen kann, vorbeizieht und aber nur kurz sich über diese Führung freuen konnte, denn der Konter von Rogers kam unmittelbar danach und immer wieder wechselte zwischen den beiden Porsche-Piloten die Führung im Gesamtklasse. Am Ende konnte sich das Mahler Racing Team aber dann doch sehr gut durchsetzen. Phil Dennis gemeinsam mit seinem Teamkollegen Ryan Barnefeld für die Mannschaft vom Mahler Team vorne, Platz 2 für das Team von BMW Bank und der dritte Platz geht an das Mercedes-AMG Team von Landgraf. 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 10 10